Hallo! Wussten Sie schon, dass die 3 eine magische Zahl ist? Atmen Sie ein und aus und zählen Sie geistig jeweils bis 3. Denken Sie nun an folgende Fragen. Was sind Ihre drei Lieblingsspeisen? Welche drei Dinge können Sie gerade jetzt sehen? Welche drei Geräusche können Sie gerade jetzt hören? Für welche drei Dinge sind Sie gerade jetzt in diesem Moment dankbar? Atmen Sie dreimal ein und dreimal aus. Denken Sie darüber nach, wie Sie sich fühlen. Fühlen Sie sich jetzt besser als vorher? Ja? Dann hoffen wir, dass für Sie die 3 nun auch eine magische Zahl ist. Verwenden Sie diese Technik, um sich zu entspannen und Ihren Geist zu beruhigen, wann immer Sie sich danach fühlen. Verwenden Sie die Technik, um 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 die Technik,